Heute darfst du dich auf ein ganz besonderes Interview freuen und zwar habe ich heute Daniel Bittmon, einen der Gründer vom Ecom House, im Interview und wir sprechen darüber, wie sie in den letzten Jahren zu einer der führenden E-Commerce-Agenturen im deutschsprachigen Raum geworden sind. Wir sprechen darüber, wie sie es geschafft haben, wirklich von 0 auf 30 Mitarbeiter erfolgreich zu skalieren und das komplett remote und am Ende sprechen wir noch kurz über die gemeinsame Zusammenarbeit in den letzten sechs Monaten, wo wir Daniel dabei geholfen haben, wirklich LinkedIn für sich zu knacken, über 500 Leads generiert haben und das komplett organisch und vor allem reden wir darüber, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, als Agenturgründer mit LinkedIn zu starten. Wir sind auf dem besten Weg zu 10.000 YouTube-Abonnenten und das wäre wirklich ein gigantischer Meilenstein für mich und wenn noch nicht geschehen, würde ich mich daher immens freuen, wenn du meinen Kanal kurz abonnierst. Aber als erstes vielleicht kurzes, entspanntes Intro, wer du eigentlich bist, was ihr genau bei Ecom House macht, damit einfach mal loszustarten. Vielen Dank, Robert, für die wunderbare Einleitung. Ja, ganz kurz zu mir. Ich heiße Daniel Bittmann, bin Junge, 36 Jahre alt, lebe in München. Ich habe Ecom House seit einigen Jahren, ich glaube, wir sind seit über dreieinhalb Jahren am Markt und komme selber so aus dieser ganzen E-Commerce-Welt. Ja, ich habe da vor neun Jahren im Marketing und im E-Commerce angefangen, selber Shops gehabt, viel gelernt, Shops groß gemacht, auch öfters mal gefällt im Leben als Unternehmer und dann irgendwann dazu entschieden, anderen Gründern zu helfen, die im Ecom Space sind. Ja, das habe ich damals gemacht in Form von meinem Podcast, gibt es bis heute. Habe ich seit fünf Jahren, wo ich meiner Zielgruppe sehr viel Content gebe und sehr viel Mehrwert stifte und daraus hat sich dann halt über die Jahre was entwickelt und zwar habe ich ganz viele Anfragen bekommen, habe am Anfang ein Beratungsgeschäft aufgebaut und dann in der Beratungstätigkeit mit meinen Kunden herausgefunden, okay, es gibt auch welche, die wollen ein Done-for-You-Service und daraus dann eine Agentur gegründet. Gegründet sind 30 Leute mittlerweile, sind Agenturpartner von Meta, geben einige Millionen Euro jeden Monat für unsere Kunden, also das Geld von unseren Kunden für Meta aus und ja, da sind wir heute ganz vorne mit dabei. Was halt cool zu hören ist, ich habe das Gefühl, es gibt ja wahnsinnig viele Agenturgründer da draußen, die diesen Traum haben, so eine Agentur wie eure irgendwie aufzubauen und was du jetzt im ersten Satz gesagt hast, wenn ich das so hören würde, würde ich sagen, oh Gott, ich muss direkt einen Podcast starten, aber ist ja sozusagen auch einer eurer Wachstumsstrategien gewesen, bis heute sozusagen da einen guten Job zu machen und Mehrwert für die Zielgruppe zu liefern, richtig? Hundertprozentig, also als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, da hatte ich noch gar nichts irgendwie zu verkaufen, meine Intention war halt damals einfach Mehrwert zu stiften, einfach meine Experience zu teilen, weil ich halt selber so oft auf die Schnauze gefallen bin, dass ich halt gesagt habe, okay, ich will anderen Leuten das vermeiden und gebe einfach Content raus. Es hat tatsächlich anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann die Entscheidung getroffen habe, okay, ich könnte das ja auch ein bisschen monetarisieren und auch quasi eine Dienstleistung anbieten und das hat sich bis heute durchgezogen. Also anfänglich war es quasi der Content im Podcast und dann über die Zeit kam Instagram dazu, es kam LinkedIn dazu, worüber wir wahrscheinlich jetzt gleich sprechen, es kam YouTube dazu, TikTok und so weiter und jetzt sind wir halt einfach Multichannel und produzieren täglich Content. Hey, ich wollte gerade sagen, weil das ist, glaube ich, auch das, was vielleicht auch der Grund war, weil ihr durch den Podcast so angefixt wart und gemerkt habt, hey, das funktioniert. Was ist denn, wenn wir wirklich auf mehr Plattformen gehen und mehr sozusagen dort auch unterwegs sind? Und wie würde heutzutage auch die Verteilung bei euch aussehen? Ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil der Kunden, die ihr gewinnt, auch inbound kommen, oder? Oder macht ihr wahnsinnig viel Outreach? Ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt total crazy. Wir sind auf das Level, wo wir jetzt sind, komplett mit inbound Leads gewachsen. Also alles mit Menschen, die auf uns zugekommen sind, was eigentlich, wenn man mal so überlegt, total krank ist. Und der große Schlüssel, das halt zu schaffen, war einfach, dass wir halt einfach super konsistent waren und sind in unserem Content. Wie gesagt, anfänglich mit Podcasts und jetzt aber über alle Kanäle. Natürlich ist Content ein Puzzleteil. Wir schalten auch Ads, primär auf Meta und auf Google. Aber grundsätzlich, vor allen Dingen, wenn man eine Agenturdienstleistung verkauft oder irgendwas auch höherpreisiges, die Leute, die sind natürlich vorsichtig und die müssen erst ein bisschen Content Pieces konsumieren, bevor sie dann sagen, ja, der kann mir helfen, der weiß, wovon er spricht. Das ist kein Scammer und macht irgendwie große Versprechen und hält nichts. Und da ist halt Content ein großer Schlüssel. Ja, das ist so spannend zu hören, weil ich habe das Gefühl, wenn du das so sagst, ist es halt so der Traum oder der feuchte Traum von gefühlt jedem Agenturbesitzer rein über inbound zu wachsen. Und gleichzeitig gibt es aus meiner Sicht, wenn ich so auch auf die Agenturlandschaft gucke, wenig Agenturgründer, die man irgendwie sieht, die das auch wirklich konsistent dann durchziehen und auch für mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre machen. Was hast du das Gefühl, was würdest du sagen, auch du hast ja auch ein ganz gutes Netzwerk sozusagen in der Szene. Was hält die Leute davon ab, damit zu starten? Ist es dieses Long-Term Gratification, dass man halt nicht direkt Feedback bekommt und wir das gar nicht mehr können? Oder was würdest du sagen, was hält die Leute davon ab, damit zu starten? Es gibt, glaube ich, verschiedene Themen. Das, was du gerade gesagt hast, das ist definitiv ein sehr, sehr großer Aspekt. Menschen, ich glaube, so ticken wir einfach, wir Menschen. Wir wollen immer Instant Gratification. Wir wollen etwas machen und sofort den Return haben. Und es ist halt, es kommt halt wirklich, wenn man jetzt verschiedene Bereiche im Leben anschaut. Ich mache mal das Beispiel mit Fitness. Ja, angenommen, du willst einen super durchtrainierten Buddy haben. Wenn du zweimal ins Fitnessstudio rennst, dann hast du einfach noch nicht einen sexy Buddy. Das dauert ein Jahr, vielleicht nochmal zwei, manchmal drei Jahre. Was ich damit sagen will, ist, viele Menschen sind halt nicht bereit, lange Zeit auf das Resultat zu verzichten oder quasi halt konstant zu investieren in Form von Energie, von Zeit, von Geld, um dann irgendwann mal dieses Ziel zu erreichen, wie jetzt zum Beispiel das, was wir haben, die ganze Zeit Inbound Leads zu bekommen. Und wenn ich ehrlich mit dir bin, es war natürlich in diesen fünf Jahren, wo ich jetzt schon Content mache, gibt es natürlich auch Momente, wo man, keine Ahnung, wo man keine Ideen hat, wo man keinen Bock hat, jetzt irgendwie Podcasts zu machen oder sowas. Aber das sind halt genau die Momente, wo dann die, wie sagt man, die Spreu vom Weizen trennt und wo halt eben die Disziplin reinkickt oder halt eben nicht. Trifft da jeder selber die Entscheidung. Und wenn man halt eben dieses Consistency Game macht und Content ist quasi so ein Consistency Game, dann erzelt mal irgendwann die Früchte. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, weil das habe ich das Gefühl und das ist auch etwas, was mir am Anfang meiner Karriere passiert ist, dass ich immer so nach den neuesten Ad-Kampagnen gesucht habe. Wir haben immer so Creatives gefunden, die dann irgendwie unseren Kalender voll gebucht haben. Und dann ist das aber irgendwie über ein paar Wochen ist man faul geworden, hat keine neue Creative sozusagen hinterhergeschickt, ist die Kampagne abgeraucht, hat wieder von vorne angefangen. Und ich hatte aber zum Beispiel immer diesen Traum, irgendwie einen großen YouTube-Kanal irgendwann mal zu haben, weil A, YouTube mir unglaublich viel Spaß macht und zum anderen glaube ich einfach, dass es eine Plattform ist, wo man in kürzester Zeit unglaublich viel Vertrauen aufbauen kann. Und dann dachte ich mir irgendwann so, wann fange ich denn damit an? Weil realistischerweise einen YouTube-Kanal aufzubauen wahrscheinlich drei Jahre. Und ich war immer in diesem kurzfristigen Hecheln, wo ist die nächste Facebook-Kampagne, dass ich es immer auf morgen geschoben habe. Und ich meine so, Robert, wenn du jetzt nicht irgendwann mal anfängst, dann sind die drei Jahre ganz schnell vorbei. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir bei Interessenten das immer wieder haben, dass sie sagen, sie suchen immer noch so nach diesem magischen Kniff, der morgen funktioniert, statt wirklich über Jahre das zu machen, was langfristig auch ein Asset wird. Ja, absolut. Wirklich eine Falle, in die man da irgendwie reintappen kann in das Ganze. Was mich interessieren würde, auch dieses Inbound-Spiel. Und das ist ja was Cooles, womit du dich auch tagtäglich beschäftigst. So ist auch Funnels für die Agentur zu bauen. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was vielleicht ihr in der Vergangenheit schon alles getestet habt? Und ich habe mir auch so ein paar Funnels gezeigt, die irgendwie gerade laufen, die irgendwie experimentiert und so, was richtig coole Sachen dabei sind. Wie euer Modell da sozusagen ist, dass ihr Werbeanzeigen und Content macht. Wo bringt ihr da typischerweise die Leute im nächsten Schritt hin? Genau, also kurzer Kontext. Ich habe ja gesagt, dass wir in den letzten dreieinhalb Jahren oder eigentlich sogar vier Jahren, wenn man sogar respektiert, also vor der Agenturzeit sogar guckt, sind wir komplett aus mit Inbound gewachsen. Was auch geil ist, also wir sind mega gut unterwegs. Aber gleichzeitig sind wir natürlich ultra ambitioniert, ja. Das heißt, für nächstes Jahr haben wir ein sehr ambitioniertes Umsatzziel. Und jetzt kommen wir quasi so an den Punkt, wo wir natürlich auch Outbound-Sales starten. Und dementsprechend haben wir diese ganzen Funnels, die du wahrscheinlich jetzt ansprichst, ja, aufgebaut. Wie zum Beispiel so ein Vortragsfunnel, ja, wo die Leute sich dann ein, wo man Ads schaltet auf eine Landingpage. Die tragen sich dann ein. Dann hat man die Kontaktdaten, kann da anrufen. Die bekommen dann zum Beispiel eine Stunde Video über Tutorial oder einfach auch hier wieder einfach Mehrwert wird gestiftet, sodass die halt auch verstehen, okay, zum einen, der ist ein Experte, der kann mir helfen, er beweist auch, dass er mir helfen kann und so weiter. Und darüber generieren die halt auch Anfragen. Und das ist gerade so, ja, vor allen Dingen für nächstes Jahr, meiner Meinung nach ein großer Schlüssel, wo wir, ja, viel Traction auf die Straße bekommen. Weil das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil das ist ja noch so, ich würde es mal sagen, so semi-inbound. Also ich weiß genau, was du sagst, dass man was weiß ich, wenn sich Leute für ein Webinar registrieren, die Telefonnummer sozusagen mitnimmt, ne? Und das sind zum Beispiel auch Leute, die heute bei uns noch komplett liegen bleiben, ne? Und da einfach mal einen Vertriebler dahinter zu setzen und zu sagen, hey, geh die mal an. Die sind ja schon, zumindest haben die deinen Namen mal gehört. Da liegen wahrscheinlich auch noch mal so 20 Prozent Umsatz, die man heute noch so komplett oder in den letzten Jahren ignoriert hat, ne? Ja, vielleicht sogar 100 Prozent oder noch mehr. Ja, ich behaupte, da will man immer gar nicht drüber nachdenken, ne? Wenn man das dann geknackt hat, denkt man sich so, die letzten Jahre scheiße, habe ich da viel liegen lassen, ne? Aber zum Beispiel, was ich auch sagen kann, ein Funnel, den wir seit einem Jahr haben, ist, wir haben hier so ein Buch, ja? Das haben wir im Dezember 2022 rausgebracht. Das ist zum Beispiel auch was, was wir halt mit Ads bewerben, Kontakte und Kunden, was das Buch angeht, quasi generieren und darüber natürlich dann auch Sales machen. Also es ist quasi das Äquivalent zu einem, ja, Vortrags-Funnel beispielsweise. Was spannend wäre, Dani, ich habe das Gefühl, dass viele Leute zum Beispiel auch da wieder die Abkürzungen suchen und sagen, hey, ich skipp irgendwie das Contentspiel und ich lege direkt mit Werbeanzeigen los, ne? Aus meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, dass Werbeanzeigen so ein bisschen wie Spiritus sind, ne? Aber sie können halt das Feuer nicht anmachen. Also ich habe immer das Gefühl, dass gerade heute die Leute eine Werbeanzeige anklicken, aber dann häufig in deinen organischen Content reinschlittern. Und da brauchst du halt auch ein gutes Konzept, das konvertiert diese Leute, damit das funktioniert. Und insofern habe ich das Gefühl, dass viele Leute den Gedankenfehler machen, das irgendwie zu trennen. Ne? Ich mache nur Werbeanzeigen oder ich mache nur organischen Content. Und deine Sichtweise würde mich da total drauf interessieren, wie du das auch vielleicht beobachtet hast. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele der Leute, die sich bei euch melden, am Ende Podcast-Hörer sind, ne? Oder was weiß ich, in deinem YouTube-Kanal unterwegs waren und sich dann gemeldet haben. Aber dass es wahrscheinlich eher Ausreißer sind, die nur eine Werbeanzeige gesehen haben, sich direkt einen Termin gebucht haben und zum Beispiel Agenturkunde geworden sind, ne? Hast du da so Erfahrungswerte, wie so die typische Customer Journey bei euch aussieht? Ja, also wie du richtig sagst, es sind Puzzleteile. Ads ist ein Puzzleteil. Genauso ist LinkedIn ein entscheidender Puzzleteil oder YouTube oder Podcast. Wir haben die Erfahrung gemacht, die besten Kunden, die wir gewinnen, die haben verschiedene Touchpoints. Also die sehen mich vielleicht initial durch eine Werbeanzeige oder die finden es über einen Podcast zum Beispiel. Wenn sie da suchen nach E-Commerce, dann finden sie eine E-Commerce-Folge von mir und fangen an, einen Podcast zu konsumieren. Manche kommen auch rein über ein Webinar. Ich mache immer wieder mal ein Live-Webinar. Das heißt, da haben die einen Touchpoint. Und was ich halt sehe, ist, wenn die Kunden dann zu uns kommen, dann haben sie verschiedene Touchpoints gehabt und gegebenenfalls auch verschiedene Content-Pieces auch konsumiert, wie zum Beispiel initial eine Ad gesehen, ein Video von mir. Dann haben sie drei Folgen im Podcast angehört. Dann haben sie sich vielleicht das Buch gekauft, durchgelesen. Das ist zum Beispiel eine Journey. Wenn die eine andere Journey ist, die hören das erste Mal von mir auf LinkedIn, lesen dann irgendwie zehn Posts von mir, weil die bekommen auch echt viel Reichweite, dank dir logischerweise. Da gehen wir wahrscheinlich gleich selber drauf nochmal ein. Aber diese Customer Journey, die ist halt selten, okay, ich klicke auf eine Ad und werde sofort Kunde, sondern man muss die über eine gewisse Art und Weise, also gewisse Zeit indoktrinieren. Und dann hat man auch richtig geile Kunden und dann hat man es auch richtig einfach im Sales-Prozess, weil man dann ehrlicherweise gar nicht mehr so krass verkaufen muss, weil die schon so gebrieframed sind durch deine Content-Pieces davor, wie zum Beispiel LinkedIn-Posts, dass die kaufen wollen. Und dann muss man gar nicht so krass überzeugen und gar nicht irgendwie mit der Brechstange die Leute closen. Jetzt bin ich gespannt auf dein Marketing-Modell overall. Also was ich für mich sozusagen beobachtet habe und jetzt auch erst in den letzten Jahren oder Monaten gefühlt darauf gekommen bin, dass ich versuche, auf den einzelnen Plattformen auf Reichweite zu optimieren. Im Sinne von zum Beispiel LinkedIn haben wir auch gemerkt, wenn unsere Kunden viel Reichweite bekommen mit Content, ist das erstmal nicht schädlich. Hat aber auch eine verdammt hohe Upside. Dann bin ich hingekommen, dass ich gesagt habe, so Short-Form-Long-Term-Content in Form von Podcast und YouTube hat halt die größte Wahrscheinlichkeit, sehr schnell viel Vertrauen aufzubauen. Gleichzeitig, du könntest aber nur das beides machen und sagen Short-Form-Content und Long-Form-Content und es konvertiert aber noch nicht, weil es keinen Konvertierungspunkt manchmal gibt. Das gibt die Webseite vielleicht, die funktioniert. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe, dass sowas wie ein VSL oder ein Live-Webinar unglaublich guter Konvertierungspunkt ist. Deshalb haben wir gesagt, wir machen sowas einmal pro Monat, einfach mit unseren Warmenkontakten und es ist halt häufig wirklich, wo auch 80 Prozent der Anfragen entstehen, 80 Prozent irgendwie unserer Kursverkäufe entstehen. Und das würde mich unglaublich interessieren, wie dein mentales Modell in dieser Dimension sozusagen aussieht. Hast du auch, dass du sagst, was weiß ich, wir versuchen im nächsten Jahr Podcast-Hörer zu verdoppeln? Oder ist das überhaupt eine Dimension? Versuchst du einfach weiter, was weiß ich, eine zusätzliche Folge noch rauszubringen? Instagram, was ist da dein Ansatz? Wäre super spannend zu hören und wie du diese Puzzlesteine dann auch am Ende zusammensetzt. Ja, super spannende Frage. Super spannende Frage. Ich habe also mein Mindset zum Marketing, wir sind schon seit ein paar Jahren da drin. Ich würde es nicht behaupten, dass ich der weltbeste Marketer bin. Gib mal als alter Hase hier ein bisschen was, Daniel. Ja, ich habe die grauen Haare hier, weißt du. Nee, mein Mindset zum Marketing ist, ich habe vor vielen Jahren mal ein extrem gutes Buch gelesen von Eugene Schwartz, einer der weltbesten Copywriter. Ich glaube, du kennst das Buch Breakthrough Advertising. Und da habe ich dann rausgefunden, oder ein Buch wurde quasi im Endeffekt beschrieben, es gibt verschiedene Awareness-Stufen einer Zielgruppe. Also die wissen zum Beispiel, dass sie ein Problem haben, aber wissen noch nicht, was die Lösung ist. Oder sie wissen, dass es verschiedene Lösungen gibt, aber sie wissen noch nicht, welche die richtige für mich jetzt gerade ist. Und so gibt es quasi verschiedene Bewusstseinsstufen meiner Zielgruppe. Und so arbeiten wir auch mit unseren Kunden tatsächlich auch in der Agentur. Mein Mindset ist halt, ich möchte die Masse meiner Zielgruppe überzeugen und quasi, ja, beeinflussen klingt jetzt irgendwie krass manipulativ, das ist jetzt nicht meine Intention, sondern ich will sie motivieren, dass wir die perfekte Lösung für deren Probleme sind. Und was ich tatsächlich im Marketing halt eben mache, ist, ich mache für die verschiedenen Bewusstseinsstufen Content und Ads quasi auf konstanter Basis, weil ich genau weiß, dass das alles übergreifend ist. Ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Ja, gib mal ein greifbares Beispiel. Weil ich habe das Gefühl, jeder Hörer wird diese Bewusstseinsstufen gehört haben. Und ich würde behaupten, 90 Prozent wissen nicht, was sie damit praktisch anfangen sollen. Ja, okay, ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Angenommen, ich spreche jetzt mal von meiner Zielgruppe. Sagen wir mal, also meine Zielgruppe sind Online-Händler, verkaufen physische Produkte über das Internet, über Shopify, über WooCommerce, verschiedene Online-Shops und machen oft Werbung auf Facebook, ja, Meta-Ads. So, und ein großer Pain-Point meiner Zielgruppe ist, dass die Facebook-Ads nicht profitabel sind. So, das ist quasi Bewusstseinsstufe Problem und die wissen nicht, was die Lösung ist. So, jetzt gehe ich rein und mache quasi zum Beispiel eine Werbeanzeige oder mache zum Beispiel auch einen LinkedIn-Post genau auf diesem Pain-Point. So, ja, der Grund, warum deine Facebook-Ads nicht profitabel sind, gehe da rein, spreche über das Problem und erwähne, was die Lösung ist. Das ist quasi so eine Botschaft, die ich auf dieser Ebene machen würde. Dann kommt so eine andere Ebene, wo die quasi wissen, okay, ich weiß, dass ich das Problem habe, ich weiß auch so ungefähr, was die Lösung ist. Da würde ich jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video machen oder auch einen Long-Form-Post auf LinkedIn oder zum Beispiel so ein Karussell auf LinkedIn, wo ich denen ganz konkret zeige, wie dann der ROAS steigen kann in Form von zehn Maßnahmen, die du in deinem Creative zum Beispiel verbesserst oder sowas. So, und dann zum Beispiel eine andere Stufe ist, okay, jetzt wissen sie, ja, das muss ich machen, also das ist mein Problem, das ist die Lösung. Jetzt gibt es da den Daniel, der kann mir eventuell helfen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil diese ganzen Marketer, die versprechen immer viele Sachen. Die erzählen immer What, ja. Da gibt es ja viele schwarze Schafe. Das heißt, die müssen irgendwie beweisen, also man muss irgendwie beweisen, dass das halt stimmt, was man dann sagt. Da mache ich zum Beispiel Kundenmeinungen, Kundenresultate, ja. Da gibt es zum Beispiel mal ein Podcast-Interview mit einem Kunden von mir, der über seine Ergebnisse mit uns erzählt oder da gibt es mal ein Video von einem Mentoring-Kunden, das poste ich dann auf LinkedIn zum Beispiel, was die Leute sehen. Und so bauen sie natürlich dann über die Zeit Vertrauen in die Lösung auf. Und dann gibt es auch noch Conversion-Content, ja. Das sind zum Beispiel, auf LinkedIn machen wir oft so Giveaways, dass wir irgendwie eine Webinar-Recording raushauen oder die 40 besten Creatives für Black Friday, wo die Leute dann kommentieren und schreiben und so was. Und da konvertieren wir natürlich dann die Leute und holen sie in unser Universum und dann beginnt so langsam der Sales-Prozess. Also so decken wir es. Ja, das ist super spannend, weil ich habe das Gefühl, das war bei mir bis heute immer so ein Bauchgefühl, auch diese Bewusstseinsstufen. Ich habe das Gefühl, umso mehr ich das Messaging auch hinbekommen habe, kältere Leute anzusprechen, die nicht mal ihr Problem-aware sind, umso mehr Leute kriegt man in seine Welt. Aber auch dann, was du gesagt hast, auch zum Beispiel diese Case-Studys zu teilen, die Leute, wo sie gerade auf der Suche nach einer Lösung sind und zu sagen, hey, guck mal, wir sind hier der richtige Anbieter, wir können dir dabei helfen, ist, glaube ich, essentiell wichtig, damit das Ganze funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, und das ist eigentlich auch das, wo wir gleich die Brücke mal zu LinkedIn bauen können, dass ihr ja einen recht fitten Sales-Guy und Prozess sozusagen habt, weil sobald Leute in eure Welt kommen, kann ich mir vorstellen, und ihr am Ende an die Telefonnummer kommt, dann kann man ja relativ entspannt die Leute auch angehen und ins Gespräch kommen und gucken, ob sie ins Mentoring-Programm oder in die Agentur passen. Richtig? Absolut, ja. Also, wie gesagt, wir sind ja viel gewachsen, auch durch Inbound-Leads. Da ist meiner Meinung nach der Sales-Prozess sogar etwas entspannter, weil die Leute schon pre-sold sind in deren Kopf. Ja, die melden sich hier aktiv bei uns und wollen mit uns zusammenarbeiten. Wir haben eine klassische Setter- und Closer-Struktur. Und ja, also, da sind wir ganz gut aufgestellt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon ein gutes Modell. Und wenn man jetzt die Leads angeht, die reinkommen und die vielleicht nicht in Bound eine Anfrage direkt stellen, ja, ich will gar nicht wissen, Daniel, erzähle es mir nicht, wie viel Umsatz da liegt. Weil diese Leute liegen auch noch bei uns, die wir noch nicht angegangen sind. Und ich habe die Befürchtung, dass da bestimmt über 100% Umsatz liegen. Wenn man das irgendwie clever aufbaut. Also, das verrätst du mir. 100%. Schwappen wir mal zu LinkedIn rüber. Was war der Moment und warum auch mit LinkedIn starten? Ich habe das Gefühl, du hattest Podcasts, du hattest Instagram, du hattest YouTube, du hast jede Plattform bespielt. Ihr hattet genug Inbound-Leads wahrscheinlich. Was war so der Auslöser, dass du gesagt hast, du bist ja wahrscheinlich nicht morgens irgendwann aufgewacht und hast gesagt, oh Mann, es ist LinkedIn-Zeit. Gab es irgendwie einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, hey, wir müssen das irgendwie machen? Es gab tatsächlich einen Schlüsselmoment. Ja, also erst mal die Intention, warum wir LinkedIn machen, ist, für mich ist LinkedIn halt ein weiterer Puzzleteil in unserem Marketing-Mix. Wir wollen natürlich omnipräsent sein für unsere Zielgruppe. Deswegen wird auch jeder Kanal befeuert. Und LinkedIn ist halt einer der wichtigsten, weil wir finden da halt komplett unsere Zielgruppe. Auf Meta zum Beispiel, da hast du halt auch ganz viele Non-B2B-Leute, also einfach ganz normale Menschen. Stimmt, auf keiner anderen Plattform würdest du sie so gezielt finden und auch hinzufügen können wie auf LinkedIn, ne? Genau, genau. Und auf LinkedIn kannst du halt ultraspezifisch die Leute ansprechen und connecten und mit denen DMs schreiben und sowas. Also der Kanal LinkedIn ist halt einfach extrem interessant. Warum? Was war so der Schlüsselmoment für uns? Wir haben LinkedIn, oder ich habe LinkedIn immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ungeliebte Kind. Ja, immer mal wieder was gepostet, vielleicht so einmal in zwei Monaten und dann irgendwie komplett ohne Strategie und einfach gar keinen Plan, einfach nur so. Und dann hatten wir selber ein bisschen angefangen, einfach Content zu recyceln von anderen Plattformen, haben aber gemerkt, irgendwie klappt das nicht so richtig und irgendwie war der Content nicht passend für die Plattform. Und der Schlüsselmoment war tatsächlich dieses Jahr im März, März-April, wo ich bei unserem Team-Retreat auf Teneriffa war und da hatte ich ein Wochenende mit meinem Geschäftspartner, bevor das ganze Team eingetrudelt ist. Und dann haben wir über LinkedIn gesprochen und er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der extrem gut ist in LinkedIn, weil wir halt einfach, ja, ich liebe halt die Abkürzung in der Hinsicht. Ich mag es halt von Leuten zu lernen, die es halt checken, spart mir extrem viel Zeit, Kopfschmerzen und Geld und somit habe ich mich halt auf die Suche gemacht und das war auch der Grund, warum wir dann zu dir sind, weil ich kannte dich von LinkedIn. Es hat funktioniert, ja. Du hast halt deine eigene Strategie angewendet, das hat mich dann dazu gebracht, bei euch erkundet zu werden und ich kannte halt dich und dein Content bestimmt schon zwei Jahre lang. Krass. Du warst quasi durch den Content und das ist halt ein großer Schlüssel im Content-Marketing, du warst halt immer top of mind bei mir, wenn ich an LinkedIn gedacht habe, also bestimmt für zwei Jahre lang und dann kam der Pain und dann bin ich halt zu euch, weil ich genau wusste, okay, der Robert, der macht da gute Sachen und das ist halt die Power von Content-Marketing, ja. Ja, das ist so spannend, dass du das sagst, weil diesen Pain und den Moment kannst du halt nicht beim Kunden erzeugen, sondern der kommt entlang des Weges. Du kannst nur top of mind sozusagen sein und jeden Tag im Feed sein und wenn der Moment dann kommt, so, ja klar, melde ich mich bei Robert, weil den kenne ich schon seit zwei Jahren und jetzt müssen wir das Thema angehen, ne. Genau und um da noch mal kurz was hinzuzufügen, weil du vorhin angesprochen hast, ja, Ads werden irgendwie oft als einzelnes Ding betrachtet und Content-Marketing als anderes. Es gibt so eine ganz schlaue Statistik, da habe ich irgendwo mal in einem Marketingbuch gelesen und zwar immer nur drei Prozent der Zielgruppe, egal von welcher Zielgruppe, die sind jetzt ready to buy, so drei Prozent. Das sind natürlich vor allen Dingen die Leute, die man mit Ads dann primär erreicht, die sich dann anmelden, aber der ganz große Teil meiner Zielgruppe, die sind halt jetzt vielleicht noch nicht ganz so ready, so wie ich vor zwei Jahren. Ich wusste, LinkedIn macht Sinn, der Robert ist da gut da drin, ich kann von dem lernen, aber es war für mich, der Pain war noch nicht da und dieses Jahr war der Pain da und dann wusste ich, okay, dadurch, dass du halt immer top of mind warst, also über Content-Marketing, war ich dann quasi ready to buy und ich war initial nicht von diesen drei Prozent, sondern halt eben bei den anderen Prozent dabei. Ja, das ist dann sozusagen ja klassisches Konzept von Demand Generation, dass man den Leuten auch das Konzept ein Stück weit erklären muss. Mehr kleines Recap gerade gemacht von den sechs Monaten Zusammenarbeit, was cool zu sehen war und das muss ich hier nochmal rausstellen sozusagen, war, glaube ich, einer der ersten Posts der Zusammenarbeit ist auf irgendwie fast 40.000 Ansichten gekommen und das war nochmal der Moment, wo ich das Gefühl hatte, der vielleicht auch für dich so ein bisschen interessant war und dich angefixt hat, weil das auf anderen Plattformen nahezu unmöglich geworden ist. Also ich hatte jetzt gerade den Fallen YouTube-Video mein schlechtestes Jahr in diesem Zehner-Ranking. An Tag zwei entscheidet sich YouTube, dieses schlechte Video auf die Startseite zu packen und dem 1000 Views zu geben an kalte Leute und ich dachte mir, wie kann man so einen willkürlichen Algorithmus bitte haben, ja, als Creator sitzt man dahinter und denkt sich so, was ist die Regel? Ich produziere jetzt beschissene Videos und der YouTube-Gott entscheidet jetzt, der packt es auf Startseite. Bei LinkedIn ist halt das Coolste, dass du wirklich unabhängig von der Anzahl der Kontakte immer noch relativ verlässlich diese viralen Hits landen kannst. Und ich habe die Hoffnung, dass wir das sehr früh in der Zusammenarbeit wirklich mit dir hinbekommen haben und ich hoffe, dass wir dich da ein bisschen angefixt haben, weil es ja schon krass ist, 40.000 wirklich Leute auf so einer qualifizierten Plattform irgendwie zu erreichen. Wie hast du das erlebt? Ja, also das hat mich auch krass gewundert. Also ich bin ja schon ewig halt auf Facebook und Instagram unterwegs. Also ich habe meine erste Facebook-Aid irgendwie von neun Jahren gefühlt, was heißt gefühlt, wahrscheinlich in Realität geschalten. Und ich weiß ja, was man zahlt, um zum Beispiel 40.000 Leute zu erreichen. Und als ich dann gemerkt habe, dieses Jahr, wo die ersten Posts halt auch viral gingen auf LinkedIn, wo du halt dann irgendwie, was du sagst, so 40.000 Leute erreicht hast oder ich hatte mal einen Post, der hat irgendwie über 70.000 Leute erreicht, komplett for free, wo du vielleicht eine halbe Stunde in eine Copy investiert hast und dann erreichst du halt sauviele Menschen. Das hat mich ehrlicherweise geschockt und das kenne ich nicht, also das kenne ich nicht von einer anderen Plattform. Vielleicht TikTok, das geht noch so ein bisschen random viral, aber die Frage ist halt natürlich im B2B-Kontext, ist da mal eine Zielgruppe? Vielleicht mittlerweile immer mehr, aber hauptsächlich ist es halt, ja, entertaining und weirde Sachen anschauen. Und da war ich schon krass positiv überrascht und hab halt auch gesehen, wie mächtig es ist, da eine Konstante reinzubekommen und wie viel free Reichweite man da im Endeffekt bekommt, vor allen Dingen auch für die relevanten Leute, ja, also. Ja, das muss ich wirklich sagen und dann ist uns ja der nächste Geniestreich sozusagen gelungen, dass wir in diese Conversion-Content-Formate gekommen sind und ich hab jetzt gerade nochmal geguckt, wirklich vier Posts auch rausgesucht, die alle mindestens, glaube ich, über 150 Mal kommentiert wurden bis hoch, glaube ich, ein Post, der über 500 Mal kommentiert wurde von Leuten, die dann Freebie sozusagen von euch haben wollten und du hast mir irgendwann auch mal die Excel gezeigt an Leads, die darüber geschwappt sind an eure Welt und das war ja wirklich etwas, was auf über in diesen sechs Monaten sozusagen 500 Leads wahrscheinlich rüber geschwappt sind und wenn man dann wieder überlegt, was man pro Lead bezahlt, gerade für einen Webinar oder auch für einen Kurs, ist man ja häufig bei irgendwie 15 Euro pro Opt-in, 10 Euro pro Opt-in, na, da kommt ganz schön Kohle zusammen und wenn man überlegt, das hochzurechnen, dass man wirklich 500 Leads, qualifizierte Leads darüber bekommen hat, dann ist das ja schon eine Summe, die interessant ist. Ja, absolut. Also ich habe, ich habe es auch echt unterschätzt, was das von Impact haben kann und deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass wir den Schritt gemacht haben. Wir sind natürlich noch relativ am Anfang mit LinkedIn, sage ich jetzt einfach mal, ja, wenn ich das vergleiche mit fünf Jahren Podcast, jetzt sind wir seit ein paar Monaten erst so wirklich auf LinkedIn, das heißt, da ist noch sehr viel Learning Curve nach oben, aber bisher, ja, super geil. Ja, das freut mich. Was haben wir noch als großen Wechselmarkt, glaube ich, das Profil komplett umgebaut. Ich habe das Gefühl, da ist auch uns ein Geniestreich gelungen, das wirklich, sehr zur Landingpage geworden ist im Sinne von, dass die Leute draufgehen und direkt verstehen, was ihr tut und auch gerade diese Autorität man aufgebaut bekommt und einfach merkt, welches Kaliber ihr eigentlich seid mit Ecom House und was für einen guten Job ihr am Ende macht. Dann, was ich noch ganz spannend sozusagen fände, ist der eine Part, dass wir auch irgendwann über Funnels geredet haben und du irgendwie meintest, den Großteil eurer Meta-Ads schickt ihr heute auf eure Webseite und ich meinte so, Daniel, erfahrungsgemäß aus unserer Welt komme ich so, wir lotsen die Leute eigentlich in so einen Vortrags-Funnel, wo sie sich eintragen mit ihrer E-Mail-Adresse, sich dann eine Aufzeichnung von einem guten Webinar angucken und sich dann einen Termin buchen und ich hatte das Gefühl, am Anfang warst du noch so ein bisschen skeptisch, weil, glaube ich, der andere Weg sich so bewährt hatte auch über die Jahre, aber dann hast du dem ganzen ja eine Chance gegeben und ich hatte das Gefühl, der Weg könnte ganz gut funktionieren in der Zukunft bei euch, oder? Ja, da hast du mich schon ein bisschen aus der Reserve gelockt, ja, also gleich zum Kontext, wir haben halt die letzten Jahre halt sehr, sehr einfach Traffic auf einen Landing, also auf die Startseite von unserer Agency geschickt, auf das Buch und auf immer mal wieder ein Live-Webinar, also das waren eigentlich so die drei großen Topics, wie wir gewachsen sind mit Paid Ads. Ja. Da hast du gesagt, so ja, jetzt nimm doch halt mal dein Webinar, also kurzer Kontext, ich habe ein Black Friday Webinar gemacht, Ende August und das war das erfolgreichste Webinar ever, wir haben innerhalb von 10 Minuten 130 Leads bekommen, also heiße Leads, die sich nach... Ja, Terminbuchung, ja, ich habe diese Zahlen gesehen und dachte mir so, was zur Hölle ist da passiert? Genau, die quasi während des Webinars dann am Ende, wo ich halt ein Strategiegespräch gepitcht habe, direkt geopt in habe, nur so mal zum Vergleich, normalerweise bekommen wir bei so einem Webinar 20 bis 30 Inbound Leads, da waren es 129, Krass. Und da hast du halt gesagt, so ja, warum schaltet ihr kein Traffic aufs Recording? Und ich habe halt gesagt, so ja, ich mache nie Recordings, FOMO, ich sage das auch oft im Webinar, dass wir da keine Recordings machen, sodass die Attention Band da ist und sowas. Und dann hast du mir das ein paar Wochen halt gesagt und da habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, ich probiere es jetzt einfach. Mal gucken, was das jetzt so erzählt, ja. Und ja, es hat wunderbar funktioniert und da haben wir halt auch täglich bestimmt 30 Kontakte generiert, einfach über eine Landingpage und das Recording und ja. Und die werden jetzt angegangen, ne? Weil jetzt kommt sozusagen die Schlüsselfrage natürlich, die tatsächlich auch immer schwierig ist, wenn man mehrere Plattformen bespielt, was man wirklich komplett zu LinkedIn irgendwie attributieren kann, was halt am Ende mich immer glücklich macht als Anbieter ist, wenn ihr wirklich sagt, hey, wir kriegen Woche für Woche mit unserem Vertrieb Termine über LinkedIn, auch outbound, irgendwie über den Content die Leute einzusammeln. Und das hast du ja schon gesagt, dass ihr das hinbekommt, ne? Könnt ihr irgendwas sozusagen bezüglich vielleicht Anfragen und auch Umsatz in dieser Zeit sagen, wo man wirklich sagen kann, der initiale Kontakt war auf LinkedIn? Ja, also, ich habe mit meinem Vertriebler ein bisschen Rücksprache gehalten, denn wir sind halt mittlerweile auf dem Level, wo ich nicht mehr alle meine DMs mache. Ja, ich habe einen Vertriebler sitzen auf Instagram und LinkedIn, macht meine ganzen DMs und spricht mit den Prospects und so. Wir ziehen tatsächlich einen mittleren fünfstelligen Betrag jeden Monat aus, einfach nur aus den Posts, die wir machen auf LinkedIn. Ja. Und man muss halt fairerweise sagen, wir sind halt komplett am Anfang. Wir machen das jetzt seit nicht vielen Monaten. Ja. Und das ist halt, das ist halt schon krass, dass wir einfach mal mit einem weiteren Channel, was aufgebaut haben und da geben wir ja kein Geld für irgendwie Ads aus oder so. Das ist ja pure Profit. Ich wollte halt sagen, ich habe das im Vorgespräch noch gesagt, Daniel, das ist noch Ausblick auf Ads, aber das organisch jetzt schon so gut funktioniert, ist natürlich eine coole Bestätigung. Ja, und das stimmt mich natürlich extrem positiv für die Zukunft. Natürlich, man muss natürlich beachten, also man muss natürlich verstehen, das ist jetzt ein kleiner, wie sagt man, ein kleiner zusätzlicher Umsatz zu unserem normalen Umsatz, aber wenn ich halt die Upside sehe für die nächsten Monate und Jahre, da sehe ich ganz klar, dass wir es relativ schnell schaffen werden, aus LinkedIn einfach nur organisch über 100k pro Monat zu generieren und dann, ja, so viel wie halt geht. Da mache ich mir tatsächlich auch wenig Sorgen und das ist auch das, was ich immer den Leuten sagen gegenüber den anderen Plattformen, das wirklich zu sagen, stabil über Instagram oder zum Beispiel, keine Ahnung, YouTube hinzubekommen, könnte ich dir das heute nicht guten Gewissens sagen, dass das einer unserer größten Umsatzkanäle zum Beispiel selber ist. Letzte Frage, die mich interessieren würde sozusagen, wir legen ja einen großen Fokus auch darauf, wirklich eins zu eins mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und dass jeder Kunde auch immer einen Profi an deiner Seite, einen Profi an seiner Seite hat. Wie hast du insgesamt die sechs Monate erlebt? Wie war es für dich in allen Dimensionen glücklich gewesen? Vielleicht kannst du da noch ein Wort zu verlieren. Genau, ja, wir haben sechs Monate miteinander verbracht. Ich hatte mit dir, Robert, Kontakt, ich hatte mit deinem Team Kontakt, ich hatte mir sogar selber ein paar Notizen gemacht, weil ich das richtig geil fand, wie ihr euer Business aufgebaut habt, da ich tatsächlich auch ein paar Ideen für uns bekomme, also danke auch dafür. In Summe sehr, sehr positiv, also ich kann es 1000% empfehlen, ich habe mich zu jeder Zeit sehr gut aufgehoben gefühlt und jede Frage konnte auch sinnvoll beantwortet werden und ich habe halt einfach gemerkt, okay, die Expertise über LinkedIn, die ist da einfach, die ist da, ja. Und von dem her, für mich war das jetzt ein No-Brainer mit euch oder mit dir zu arbeiten, deswegen jeder, der drüber nachdenkt, irgendwas über LinkedIn zu machen, egal ob jetzt einfach nur Sichtbarkeit zu generieren, sich als Experten, also den Expertenstatus aufzubauen, Leads zu generieren, Kunden gewinnen über LinkedIn, ja, geht zum Robert, also kann ich, kann ich, kann nichts Schlechtes behaupten, das ist alles geil. Ein schöneres Schlusswort hättest du eigentlich nicht finden können, das freut mich extrem, weil das Coole ist und das fand ich auch so schön in deinem Fall und deshalb hatte ich auch einen riesen Blick da drauf, dass man halt bei so Profis wie dir sehr schnell liefern muss, ne, und ich hatte das Gefühl, dass wir schnell im Content zeigen konnten, was auch auf der Plattform möglich ist, ne, dass man wirklich angefixt ist und das ist halt das Coole, dass das heute noch so eine große Chance ist auf LinkedIn, die auf allen anderen Plattformen halt deutlich schwieriger geworden ist und das, was du auch gesagt hast, dass man die Leute sehr gezielt einfach findet, ne, und hinzufügen kann, gerade auch in diesem E-Commerce-Space, ne. Daniel, vielen, vielen Dank dir für das coole Interview, na, ich bin gespannt auf die weitere Reise, na, und drücke euch die Daumen für die ambitionierten Ziele im nächsten Jahr und wehe, du verrätst mir, dass da richtig viel Geld rumliegt, na, das will ich nicht hören. Alles klar, cool, Robert, danke für deine Zeit und bis bald. Ganz wichtig, wenn du als Gründer jetzt auch die Abkürzung nehmen willst für LinkedIn, um darüber mehr Reichweite, Anfragen und vor allem auch zahlende Kunden zu gewinnen, wie Daniel Bitmon, dann lass uns unverbindlich sprechen. Wir bieten Gründern immer ein kostenfreies LinkedIn-Audit an, wo wir uns ganz genau anschauen, was du heute schon auf LinkedIn tust, was funktioniert, was nicht funktioniert und identifizieren wirklich die größten Engpässe, die dich heute davon abhalten, darüber wirklich Anfragen und Kunden zu gewinnen. Und auf der Grundlage entwickeln wir dann eine individuelle Roadmap für dich für die nächsten drei bis sechs Monate und zeigen dir ganz genau, wie wir dich dabei unterstützen können. LinkedIn so schnell wie möglich als Lead-Kanal für dich aufzubauen. Wenn alles passt, stellen wir dir am Ende des Audits auch eine Zusammenarbeit vor und wie die Konditionen wirklich aussehen, wie wir dich unterstützen können. Wenn sich das nach dir anhört und du wirklich Bock hast, auf LinkedIn Gas zu geben, dann lass uns, wie gesagt, unverbindlich gerne sprechen. Alle Details dazu findest du auf leadersmedia.de, buch dir dort gerne einen Termin und lass uns schauen, wo es heute noch bei dir auf LinkedIn klemmt. Und dann freue ich mich von dir zu hören. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis gleich.